Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner Legung für den Februar. Wie du siehst, habe ich mich dazu entschieden, für die Februar-Legung das Format ein bisschen zu ändern. Wir gehen rein in eine Lenormall-Legung und gehen dann mit einer Situation, die sich hier als besonders signifikant rauszeigt, rauskristallisiert, in die Tiefe. Und das machen wir dann mit dem Tarot. Wir schauen jetzt aber erstmal, was der Monat Februar für dich bringt, wenn du den Steinbock im Sonnenzeichen, im Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Und du startest mit dem Sarg. Etwas ist im Stillstand, etwas endet. Da könnte eine Entscheidung getroffen werden, etwas zu beenden. Oder bezogen auf eine Situation, die im Stillstand ist, könnten sich jetzt neue Möglichkeiten öffnen. Und diese Möglichkeiten, auch hier, es öffnen sich neue Möglichkeiten in einer Situation, die im Stillstand ist, die stagniert. Oder es werden jetzt Entscheidungen getroffen in dieser Situation, damit sich hier etwas löst oder vielleicht auch etwas absichert. Auch das wäre möglich. Der Schlüssel steht fürs Lösen, fürs Absichern, Lösungen generell. Also könnte hier wirklich auch ein, vielleicht findet man eine Lösung, bezogen auf eine Situation, wo man sagt, okay, das endet jetzt. Man trifft eine Entscheidung, etwas zu beenden. Und das ist Teil einer Lösung hier. Wir sehen dann, dieses Ende hat was zu tun mit einer Veränderung. Das könnte sich beziehen hier auf einen Konflikt mit der Familie oder einen Konflikt im Privatleben. Ein Konflikt bei dir zu Hause oder einen Konflikt, den du mit deiner Wohnung hast oder deinem Zuhause. So, gleichzeitig könnte es hier aber auch eine Überraschung geben. Das sehen wir hier zweimal. Die Blumen, die sich zweimal auf das Haus beziehen. Hier könnte es ein Angebot geben. Ein Angebot, Dankbarkeit, Anerkennung, Wertschätzung, eine Lösung gefühlt. Für diejenigen, die vielleicht hier umziehen wollen, wäre das eine Möglichkeit, dass es hier ein Angebot gibt für ein Haus, für eine Wohnung. Dementsprechend wird hier eine Entscheidung getroffen, weil es eben Konflikte gibt mit einem Haus oder einer Wohnung. Und das ist gefühlt hier Teil einer Veränderung. Und auch in dieser Position kann es sein, dass eine Situation, die im Stillstand ist, etwas, dass die sich jetzt verändert. Wir sehen hier dich. Das ist deine Karte, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist die Person, mit der du es zu tun hast. Was wir hier jetzt sehen können, ist, dass diese andere Person hier oben, die Thematik, auf die wir gerade eingegangen sind, die andere Person ist daran beteiligt. Hier gibt es eine Entscheidung, die entweder diese Person treffen könnte oder die sich bezieht auf diese Person. Was wir ebenfalls sehen, ist, dass das ist das Haus dieser Person. Es gibt da Herausforderungen und Hindernisse, die sich beziehen auf diese Person und die dir Stress und Nervosität bereiten. Aber auch diese Person hat hier Stress und Nervosität bezogen auf diese Blockaden und Herausforderungen. Was wir sehen, ist, dass du hier gefühlt mit einer Situation im Unklaren bist. Also die Unklarheit liegt in deinem Haus. Und wir sehen auch, dass du im Haus für Kummer, Sorgen, Verlust, Verlust, Ängste bist. Also dich könnte gerade etwas sehr beschäftigen und zu Unklarheiten führen, was sich hier bezieht auf das Thema Verlust, Verlust, Ängste oder dass irgendwas an dir nagt. Das, was an dir naht, hat zu tun mit der Öffentlichkeit, mit einem Event, einer Veranstaltung. Irgendwas, was an die Öffentlichkeit gekommen ist oder etwas, was sich bezieht auf die Öffentlichkeit oder darauf etwas vielleicht zu veröffentlichen. Das sehen wir hier. Und diese Unklarheiten, die können bestehen bezogen auf den Turm. Der Turm kann zum einen bedeuten, es gibt Unklarheiten bezüglich des Themas Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Es kann auch sein, dass es hier Unklarheiten gibt zum Thema Rückzug oder Abgrenzung. Auch das ist möglich. Wir schauen uns diese Situation weiter an, weil wir jetzt sofort eben durch die erste Reihe hier drauf gedrückt werden. Also, wir sehen, ihr beide seid euch zwar sehr nah. Es kann aber sein, dass ihr hier gefühlt in unterschiedliche Richtungen schaut. Gut, während du hier auf neues Wissen schaust, Wissen, Information, Fakten, die sich bezieht auf eine Herzensangelegenheit oder auf die Liebe. So ist diese Person fokussiert entweder auf Kommunikation oder auf Nervosität und Stress. Das muss nicht immer etwas ganz Schlimmes bedeuten, dass man zwar hier nichts dazwischen hat. Ihr seid euch auf gewisse Art und Weise also nah. Aber es kann sein, dass ihr gerade in unterschiedliche Richtungen schaut, unterschiedliche Ansichten seid. Oder einfach hier, ja, vielleicht auch gerade im Moment nicht so viel zwischen euch ist. Was wir dann auch sehen, ist, wir gehen jetzt mal in die verschiedenen Aspekte rein und beziehungsweise schauen nochmal, was so um euch herumliegt. Wir sehen, diese Person denkt über Wachstum nach, über langfristige Pläne. Auch der Turm ist langfristiges, stabiles. Also, hier könnte jemand über das Wachsen nachdenken, Wachsen einer Unabhängigkeit. Während du hier nachdenkst, vielleicht eine Kommunikation mit jemandem, der einen gewissen Einfluss hier auf dich hat. Das könnte natürlich auch, dieser Einfluss ist hier drauf. Ich habe das Gefühl, hier ist eine sehr wichtige Kommunikation, über die du nachdenkst. Und diese wichtige Kommunikation ist Teil einer Veränderung, wo es darum geht, mit etwas in die Aktion zu gehen. Diese Aktion, die wir hier sehen, ist vorherbestimmt, ist schicksalhaft, kann aber dazu führen, dass etwas beendet wird, dass etwas abgebrochen wird, dass etwas gekürzt wird. Das sehen wir auch hier. Im Hause der Veränderung haben wir die Sensor. Es könnte eine plötzliche Veränderung kommen. Eine Veränderung, die damit zu tun hat, dass hier etwas beendet wird, abgebrochen oder gekürzt wird. In dem Moment möchte ich mir einmal die Energie des Ringes angucken, weil wir natürlich jetzt einmal überprüfen wollen, ob es um diese Beziehung geht, die hier abgebrochen oder beendet werden soll. Und ich habe nicht das Gefühl, weil die Beziehung hier, dieser Bund, ihr seid darüber auch verbunden, diese Beziehung ist im Hause der Sonne. Und die Sonne wiederum ist das Zeichen, ist die beste Karte des ganzen Decks, steht für Glück und Erfolg. Wir haben hier also eine Beziehung, die gefühlt einmal im Fokus steht, auch im Bewusstsein steht, wo sich Dinge klären, wo sich Dinge auch klären, bezogen auf einen Konflikt, wo dann wiederum es darum geht, etwas zu abzubrechen, zu beenden, damit sich hier etwas verändert. Und dann sehen wir die Sonne natürlich auch als Zeichen an, dass wir hier eine sehr energetische, eine sehr starke Beziehungsverbindung haben. Eine sehr erfolgreiche oder glückliche Verbindung. Auch die Karten, auf die ich den Ring spiegeln kann. Ja, wir sehen Optionen, das, was wir am Anfang gesagt haben. Es öffnen sich Türen, Möglichkeiten, Optionen. Entscheidungen werden getroffen, die hier Teil einer Lösung sind. Das sehen wir hier ebenfalls. Also innerhalb einer Beziehung werden hier Entscheidungen getroffen. Das wird kommuniziert. Und wir haben hier auch noch das Schiff. Kommunikation in der Ferne könnte zu einer Entscheidung führen. Aber ich habe das Gefühl, hier liegen Informationen, Wissen, Fakten in einer Herzensangelegenheit, wie die Situation in der Zukunft weitergeht und wo man sich jetzt, in welche Richtung man sich bewegt. Und daraufhin bezieht sich hier das Thema Entscheidungen treffen, diese dann auch wiederum kommuniziert werden. Wir sehen diese Entscheidungen im Haus des Klee, Klee im Hause des Ringes. Wenn ich in Lennermont-Sprache reinfalle, für all diejenigen, die sich damit nicht auskennen, dann lass es links liegen. Ich führe immer so ein bisschen durch, aufgrund dessen, dass natürlich der ein oder andere von euch da interessiert ist. Dann höre aber, falls du das nicht weißt, wie man das Lennermont deutet, lass es links liegen. Hör einfach nur auf die Botschaften. Ich versuche sie so klar und deutlich wie möglich rüberzubringen. Wir haben Glück. Glück innerhalb einer Beziehung. Leichtigkeit innerhalb einer Beziehung. Vielleicht eine Chance, die sich auftut durch eine Möglichkeit oder Option. Gegebenenfalls bezieht sich das auf die andere Person. Und dadurch auch wieder hier in dem Zusammenhang glückliche Möglichkeiten und Optionen. Entscheidungen beziehen sich auch auf die andere Person. Führen gefühlt zu einer neuen Chance, einer neuen Möglichkeit. Glück und Leichtigkeit innerhalb einer Beziehung. Das heißt, ich sehe keine gefährdenden Karten hier erstmal um den Ring herum, um diese Beziehung herum. Es kann was an die Öffentlichkeit kommen. Eine offene Kommunikation könnte hier eine Rolle spielen. Aber auch gleichzeitig haben wir mit den Lilien die Energie von etwas geht in den Ausgleich. Etwas kommt in den Ausgleich. Etwas kommt in den Frieden. Informationen, Wissen, Fakten können auch zu einem Ausgleich führen. Insbesondere, weil die Lilien hier im Hause des Mondes sind. Sprich, wir haben hier friedliche Emotionen, Frieden in den Emotionen. Das sehen wir hier. Und auch reife und ehrliche Emotionen innerhalb einer Beziehung, einer Partnerschaft. Auch hier sehen wir die Ehrlichkeit. Wir sehen hier treue Loyalität, Freundschaft. Wobei das auf gewisse Art und Weise in der Belastung ist. Also hier könnte es etwas geben, was diese Beziehung belastet und dementsprechend auch euch belastet zum Thema Treue, Loyalität oder Unterstützung. Und das kann sich hier, sehen wir das auch noch einmal, da sehen wir diese Belastung ist das, was Nervosität und Stress verursacht. Und was Teil ist einer Herausforderung hier auch mit der anderen Person. Das kann zu tun haben, hier haben wir die Schlange, eine Mutter, eine Schwester, Freundin, Rivalin. Könnte hier eine Rolle spielen, könnte hier einen Einfluss haben auf ein Wachstum. Könnte Einfluss haben hier insbesondere auf Nervosität und Stress und Unklarheiten, die auf dich fallen. Es könnte eine neue Person sein. Wenn das nicht der Fall ist und hier keine Frau ist, dann wäre das neue Komplikationen. Also hier könnte ein Neuanfang, könnte einen Einfluss haben auf gewisse Herausforderungen und Komplikationen, welche dazu führen, dass du gestresst bist und dass du hiermit irgendwas im Unklaren bist. So, jetzt würde ich sagen, spiegeln wir auch einmal dich. Ja, wir sehen dich absolut auf den Konflikt gespiegelt. Konflikt, mit irgendwas bist du hier sehr vorsichtig und womit bist du vorsichtig? Da sehen wir genau das Thema, der Fuchs im Hause des Hundes, der Hund im Hause der Belastung. Also das, was dich in diesem Monat am meisten belastet, ist gefühlt ein Konflikt, eine große Unsicherheit gefühlt. Mit irgendwas bist du sehr vorsichtig aufgrund des Themas Treue, Unterstützung, Loyalität. Das, vielleicht ist es in Frage gestellt oder dass dein Vertrauen, gerade mit dem Misstrauen, was wir hier mit dem Fuchs haben, na, das könnte etwas sein, was hier eine große Herausforderung in dieser Situation für dich darstellt. Gespiegelt haben wir den Ring, lass mich mal eben weiter, genau, gespiegelt haben wir dich jetzt einmal. Wenn wir den Herren einmal spiegeln, dann sehen wir den Herren, der ist gespiegelt auf Glück und Erfolg, auch hier Erfolg und Klarheit und Wachstum. In dieser Situation mit dieser Person, wir haben sehr positive Energien und auch vor allem, weil die Sonne neben dem Kreuz liegt. Was sage ich immer, wenn die Sonne an dem Kreuz dran ist? Eine Belastung könnte sich hier jetzt lösen, auflösen und oder ein Karma könnte sich auflösen. Wir haben hier Glück und Erfolg fällt auf diese Person und weil wir hier den Ring haben im Hause des Glücks, sehen wir, dass auf gewisse Art und Weise das auch wieder miteinander verknüpft ist. Also eine glückliche, erfolgreiche Partnerschaft oder Beziehung, wo ich aber das Gefühl habe, es gibt einen gewissen Konflikt, der ans Licht kommt, damit das gleichzeitig allerdings auch geklärt werden kann. Es klärt sich hier etwas. So, dann haben wir hier, es klärt sich etwas gegebenenfalls zum Thema Rückzug von einer anderen, auch wenn wir das einmal so sehen, na, hier, da ist das Thema gegebenenfalls andere Person, andere Frau, Rückzug. Die Unklarheiten fallen ebenfalls darauf. Für all diejenigen, wo eine andere Person hier eine Rolle spielt, dann sehen wir hier das nämlich auch nochmal, Unklarheiten mit der Loyalität, Treue. Dann haben wir hier eine andere Person, die vielleicht gerade ein bisschen mitmischt und dann haben wir hier auch nochmal das Thema Rückzug und auch nochmal das Thema Veränderung hier liegen. Es könnte sich also zurückgezogen werden von einer anderen Frau oder von gewissen Schwierigkeiten, von denen man sich jetzt abgrenzt. So, dann haben wir, genau, auf diese Person, es klärt sich etwas zum Thema Wachstum, zum Thema langfristige Pläne. Was das angeht, habe ich das Gefühl, gibt es jetzt eine gewisse Strategie und es gibt hier irgendeinen Neuanfang, welcher sich bezieht auf langfristige Pläne. Und das ist gefühlt all das, was ich hier auch sehe zwischen dir und der anderen Person. Wir gehen gleich noch in das Thema Arbeit rein, aber aufgrund dessen, dass wir hier so viele Verbindungen haben, die uns direkt hier auf euch führen, ist das etwas, wo ich jetzt als erstes, wie gesagt, einmal ausführlich reingehe. Wir sehen dann, gehen wir einmal in die Liebe, in die Herzensangelegenheit. Das ist sehr emotional hier. Fische hier, dann haben wir hier sehr viel Liebe, sehr viel Emotionen. Also für all diejenigen, auch wenn es eine Herzensangelegenheit ist, in einem anderen Bereich sehen wir hier sehr, sehr viel Emotion und Gefühl. Wir sehen ebenfalls die Belastungen, die hier runterdrücken auf das Thema Liebe. Also Belastungen, Herausforderungen, die auch im Zusammenhang stehen mit einer anderen Person, belasten also die Liebe, das Herz. Es gibt hier Unklarheiten, wobei sich auch hier in diesem Bereich etwas zum Thema Herausforderungen klären wird und wieder was in den Fluss kommt. Wir sehen den Anker hier. Hier könnte also eine sehr stabile Liebe grundsätzlich liegen. Gleichzeitig könnte hier kommuniziert werden über Stabilität, über Sicherheit. Es kann kommuniziert werden über Arbeitsaspekte. Und auf die Arbeit, da kommen wir gleich nochmal rauf zurück. Was wir hier auch einmal sehen, ist bezogen auf das Herz. Es klärt sich, auch da nochmal, es klärt sich jetzt, in welche Richtung etwas weiter geht. Ob das ein Umzug, eine Reise ist oder grundsätzlich, in welche Richtung sich diese Situation weiterentwickelt. Da wird gefühlt viel geredet. Es kann ein bisschen Nervosität und Stress geben, vielleicht aufgrund eines Umfeldes oder irgendwas im Außen, was einen Einfluss hier hat. Das Herz, auch im Hause der Fische, ist genau die gleiche Botschaft. Sagt mir also, hier ist viel Gefühl, viel Liebe. Oder etwas kommt in den Fluss, bezogen auf das Thema Liebe und Herzensangelegenheiten. Gehen wir jetzt einmal rüber zum Thema Finanzen und Beruf. Hier haben wir den Anker gespiegelt auf den Turm. Für viele von euch kann es hier um das selbstständige Arbeiten gehen, um eine selbstständige Tätigkeit. Auch hier tatsächlich in der Öffentlichkeit. Dann haben wir hier den Schlüssel. Schlüssel steht in der Regel dann auch für Erfolg. Also hier könnte es auf gewisse Art und Weise Erfolg geben mit der Arbeit in der Öffentlichkeit oder mit einer Selbstständigkeit. Auch könnte es sein, dass du gerade dabei bist, dich unabhängig zu machen, was das Thema Arbeit angeht. Arbeit sehe ich grundsätzlich recht stabil mit so ein paar Herausforderungen. Grundsätzlich sehen wir hier die Fische. Vielleicht arbeitest du viel im Februar. Also hier könnte viel Arbeit sein. Ebenfalls könnte das bedeuten, dass, weil die Karte auch für die Finanzen steht, wir hier eine Stabilität, eine finanzielle Stabilität haben. Auch das ist schön. Wir sehen hier den Anker im Hause des Briefes, was bedeuten kann, es wird kommuniziert über die Arbeit oder hier liegt ein Arbeitsvertrag, der recht stabil ist. Wir sehen hier, alle Erfolgskarten haben einen Einfluss auf die Arbeit. Also grundsätzlich sieht es so aus. Vielleicht hast du jetzt hier den Schlüssel zum Erfolg. Es klärt sich etwas für dich zum Thema Arbeit. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Drei Erfolgskarten haben einen Einfluss auf die Arbeit. Das heißt, die Arbeit sehe ich in diesem Monat grundsätzlich als sehr erfolgreich oder etwas, woran du arbeitest, scheint hier sehr erfolgreich zu sein. Vielleicht machst du dir hier eine Strategie, eine Strategie, wie man jetzt langfristig oder in welche Richtung man jetzt weitergeht, auch beruflich gesehen. Auch da habe ich das Gefühl, wird sich einiges klären. Es kommt aber mit so ein bisschen Zweifel hier, die sich wiederum beziehen auf die Öffentlichkeit beziehungsweise auch ein paar Herausforderungen, die es dann gibt mit dieser anderen Person. Wenn es hier keine Person gibt im Bereich der Arbeit, dann könnte das für deine männliche Energie stehen, nämlich dass du vielleicht das Gefühl hast, du bist in deiner männlichen Aktionsenergie so ein bisschen blockiert und kommst vielleicht nicht so ins Tun, wie du das gerne wollen würdest. Wir sehen etwas hier, deine Arbeit könnte dir sehr am Herzen liegen, dir sehr viel Freude bereiten. Nichtsdestotrotz ist die ein bisschen getrübt durch diese Sorgen und Herausforderungen, die es hier eben gibt. Der Mond wiederum sagt mir, dass es hier um Anerkennung, Wertschätzung und gesehen werden gibt. Und ich habe das Gefühl, du bewegst dich jetzt in eine Richtung, die dazu führt, dass du gesehen wirst im Bereich des Berufes hier. Das ist natürlich auch wiederum sehr schön. Und für manche von euch kann es auch um eine große Firma gehen hier oder aber um das Thema Selbstständigkeit. Ja, wenn wir uns die Fische angucken, wir haben ein paar Herausforderungen. Es kann sein, dass die Herausforderungen im Bereich der Arbeit was zu tun haben mit den Herausforderungen, welche auch auf die Finanzen fallen. Grundsätzlich sind sie recht stabil. Hier ist Freude. Also mit irgendwas könntest du finanziell erfolgreich sein, was dir Freude bereitet. Das könnte dir sehr wichtig sein in diesem Monat. Wir haben so ein paar Unklarheiten und Herausforderungen, welche sich auf diese Finanzen beziehen. Unklarheiten haben wir wieder bezogen auf die Öffentlichkeit. Vielleicht irgendwas machen in der Öffentlichkeit. Eine Gruppe. Irgendwas könnte dich hier schlichtweg ein bisschen verunsichern, ein bisschen an dir nagen. Auf eine Gruppendynamik, auf irgendwas im Außen, auf die Öffentlichkeit. Und das wiederum kann zu tun haben mit dem Thema Hilfe und Unterstützung, Treue und Loyalität hier mit dem Hund. Der Hund, weil wir es vorhin einmal hatten, kann in diesem Zusammenhang auch dafür stehen, dass die größte Herausforderung nicht das Thema Treue, Loyalität oder Unterstützung ist. Die größte Herausforderung könnte auch das Thema Abhängigkeit sein. Dementsprechend haben wir hier das Thema Unabhängigkeit, an dem vielleicht auch gerade gearbeitet wird. So, lass mich mal weiter schauen. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier einmal alles gesagt, was so auf den ersten Blick rausgesprungen ist. Was ich mir einmal genauer anschauen möchte, ist tatsächlich, was es hier zwischen dir und dieser Person gibt. Weil das ist deine Karte, die Thematiken, die unmittelbar um dich herum liegen, sind besonders wichtig hier. Und auch mit den Eingangskarten haben wir direkt wieder einen Link, sage ich mal, zu dieser Situation. Deswegen möchte ich jetzt einmal im Detail schauen, was es hier mit dieser Situation zwischen dir und dieser anderen Person auf sich hat. Wir legen dafür jetzt einmal das keltische Kreuz, um die Situation wirklich im Detail unter die Lupe zu nehmen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir ziehen dir auch noch einen Tipp, nochmal Orakelkarten zu dieser Situation, damit du bestmöglich geführt wirst durch den Monat Februar, bezogen auf die Situation, die es hier gibt mit dieser anderen Person. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Dann folge mir gerne jetzt in die Erweiterung zu Vimeo oder Patreon, die findest du unter diesem Video in der Infobox. Für all diejenigen, die hier aussteigen, sage ich danke fürs Dabeisein. Ich vertraue darauf, dass du die Botschaften bekommen hast, die dich bestmöglich begleiten durch deinen Februar. Und für all die anderen sage ich, mitkommen in die Erweiterung. Bleib noch ein paar Sekündchen dran, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Vorschau der Erweiterung. Hallo, lieber Steinbock und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir jetzt in die Tiefe eintauchen, in die Situation zwischen dir und der anderen Person. Und du siehst, ich habe intuitiv gerade einige der Karten rausgepickt, um nochmal so einen kleinen Überblick zu haben über das, was wir gerade auch schon gesehen haben in der Legung auf YouTube. Was da jetzt ganz spannend ist, ist das, was hier jetzt entstanden ist, ist das, was wir hier haben, ist eine herausfordernde Reise, vielleicht eine Reise, die zum Teil auch stagnierte oder wo irgendwas beendet werden musste. Wir sehen hier die Entscheidung innerhalb einer Partnerschaft oder Beziehung, worüber die andere Person nachdenkt. Und du denkst über Kommunikation als Schlüssel nach. Also Kommunikation, welche dann auf irgendeine Huppala, auf irgendeine Art und Weise in eine Lösung geht. So, Moment, da ist mir der halbe Stapel gerade auseinandergefallen. Jetzt möchte ich bezogen auf die Situation für den Februar wissen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wo steht ihr? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich ziehe deine Gedanken, seine Gedanken. Das kann auch eine Frau für dich im Übrigen sein. Wer auch immer, was auch immer diese Beziehung hier ist, wer auch immer diese andere Person ist. Ich ziehe deine Gedanken, seine Gedanken zur Situation, die Gefühle von ihm oder ihr und dir zur Situation, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ein Tipp. Und ich würde sagen, wir starten. So. Okay. Bei Prinzessin der Münzen ist erstmal der Neuanfang. So. Seine oder ihre. Die Person, mit der du es zu tun hast, denkt darüber nach. Du denkst darüber nach. Spannend. Wir sehen hier schon einige Sachen, die wir gefühlt gesehen haben in der Legung. Guck mal, für dich klärt sich so viel. Oh, da haben wir aber beim Gegenüber. Und noch ein Ass. So. Dann schauen wir uns einmal an, was der Tipp für dich ist. Das ist die nächste Karte. Und dann ziehen wir uns auch nochmal ein paar Orakelkarten. Der Tipp 7 der Kirche. Okay. So. Also wir sehen, das ist hier das Thema Neuanfang. Ich habe das Gefühl, du bist ganz und gar auf Neuanfang fokussiert. Du bist gedanklich. Du bist inspiriert. Du bist emotional hier. Was fühlst du? Du fühlst, du fühlst einen Neuanfang. Du fühlst ein neues Potenzial. Eine neue Chance hier in dieser Situation. Und dann sehen wir auch noch hier. Ich packe die Karten einmal so hin. So. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt, das so zu machen. Und dann sehen wir hier die Prinzessin der Münzen. Hier wird sich dazu entschlossen, an etwas zu arbeiten. Woran investiert man jetzt seine Zeit, seine Arbeit? Woran wird jetzt gearbeitet? Ist hier jetzt irgendetwas Neues? Das war's. Ich bin so ein Herz." Ja, danke. Ich bin so einfach hier. Ich bin so einfach.